hey guck mal wie ich hier gerade rasiere ich eben halt der typ der stirbt hier gerade ich würde aber mal sagen ich also wenn ich mir die texturen so angucke die jetzt hier geladen sind dann sieht es nicht wieder aus aber ich würde mal sagen ich dachte mal so die folge ich sag mal so hallo jetzt schon ok ja michi schießt du auch nicht? Michi macht teambeschuss und damit herzlich willkommen zu einem neuen It's Play wir spielen PlayerUnknowned Battlegrounds also Pupke ich bin Pupke also ich ich muss mich ja zuerst nicht ich bin der Esel da ist der Michi neben dem Steven und da ist der Mario Hallo und und das ist oh oh jetzt sind wir im Flugzeug aber ins Flugzeug mit hunderten von Leuten geführt wer von euch sagt an wenn wir sprengen ich schau mal ja Michi ist voll der erfahrene Typ ihr drückt dann alle F ne? wisst ihr wie ja also wir müssen jetzt überleben auf dieser Map 100 also gegen 99 also 99 sind wir insgesamt und müssen halt looten, looten und töten ist so ein bisschen wie Heinz der Deins ich will viele Leute einfach rausspringen wenn man da hinten guckt kann ich ihn noch vorbesteuern aber weißt du oh nein da gehen ganz viele runter oh das ist richtig ja da kommst du hin da kommst nicht rein da kommst du hin da kommst nicht rein nichts nada hast du auf low gestellt ich habe alles auf low und bei mir lag oh mein Gott ey Leute ich bin ich bin gleich tot ich bin gleich bei Michi wir müssen echt nah beieinander bleiben und ich glaube ich hoffe zu euch weil ich muss erst mal runter kommen ohne also bei mir ich habe Stammfilms übrigens oh super süß also ich muss mir unbedingt neue PCs zusammenbauen ihr seht uns ja auf der Map ne ja ja ich komm jetzt weg oh Gott die nocken sich schon mit Schlägen aus das ist ja wie bei H1Z1 ey wo auch noch Folgen kommen also geht einer von euch in den Turm hier oben nicht recht komm erstmal in eure Richtung jetzt ja ja ist gut ich hab noch keine Waffen aber ich bin nicht letzter schon Platz 97 yeah also einer kann oben in den Turm reingehen oh hier ist ein Bunker hier ist ein Bunkeranlage ich geh in den Bunker rein tschüss Leute ich bin im Bunker Alter also ich denk wir sollten mal hier ist ein Spieler der hat ne Waffe hier ist ein Spieler der hat ne Waffe ich komm zu Mario gelaufen ich habe eine Blendgranate Leute bei mir ist ein Bunker und zwar Waffen OP in Bluma Films ist Mario's Mario Mario da unten in dem Haus Mario nicht hin da ist ein Spieler der grad ne Waffe gefunden hat oh Leute hey Leute ja ich bin jetzt da aber ich hab keinen Bock zu sterben aber die Häuser sind geladen das ist doch schon mal ein geiles geil oder? dann probieren wir zum Christian zu rennen oder? wir müssen zum Omnitron hier sind scheiß viele Waffen wir müssen zum Omnitron ja dann brauchen wir die erstmal Holographisches Visier in das Ding ich frag mich was ist? frag mich kann ich mich rein tragen nein geht nicht hat jetzt überhaupt jemand von uns schon ne Waffe außer Omnitron ich hab ne Blendgranate nur einer der Rest muss schlagen äh guck mal 4,8,8,8 ich hab die Blendgranate geworfen nein ich hab die Blendgranate geworfen ja das ist geil den hatte ich auch noch nicht weiße wow was ist hier los? hier in den Bunker schnell hier in den Bunker schnell Jungs war einmal geleckt hat bei mir hat der Bunker nur einen Eingang oder? ich weiß nicht ich war noch nie in nem Bunker hallo schock in meinem Bunker mitten in Berlin ich hab ein Blau Säure Kapseln und genug Benzin die Luftwaffe ist tot die Marina das ist mehr der zweite Weltkrieg macht keinen Spaß mehr wollte ich nur mal wunderschön alter seid ihr jetzt raus oder was? ja ja wartet mal kurz oh wir sind auch in der Zone dran super hä warte ich hab die Maräte abgeschickt was denn? wir sind nicht in der Zone drin ne wir sind am Rand wir müssen da gleich rein aber es dauert halt ne Moment ich muss meine Maräte wiederholen ja ich hab ne Pfanne ja ich auch aber Auto 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 kommt runter 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 im Bunker runter hat uns doch nicht gesehen wahrscheinlich fuck die kommen hier hin zieht euch zurück erstmal von der Teppel weg in den Bunker wie viel runter wie viel runter wartet ja dann gehen wir halt hoch hauptsache lauf bin ich in die Schüsse rein kommen die hier rein? eventuell die sind hier in der Nähe fuck die sind genau über mich und ich hab zwei Waffen ohne Muni ich komm runter erstmal wird runter kommen wird runter kommen Teambeschuss geht an ist an ne? ist an ja wir können uns gegenwärtig umbringen das müssen also zwei Decken vorne am besten okay das war's für mich das war's für mich das war's für mich okay Mario innen drin anscheinend wir müssen zu Mario wo wo bei dir Mario? ich weiß es nicht ich probier jetzt erst mich abzaubern ich hab grad keinen Blick hier links 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 da hinten links da ist auch ne Granate Rauchgranate oder so ja die hab ich hängig vor wahrscheinlich kommen weiß aber nicht wo die hier sind aber auch eine hinten decken hinten decken bitte okay ich hab nur ne scheiß Radfahrer ich hab auch ne OP wir müssen den Ausgang hinten auch den anderen den hinten hab ich den hinten hab ich aktuell scheiße die Zone ja wir müssen hier raus das ist ne Falle hier wir haben noch Zeit ein bisschen aber nicht lange aber wenn ich den Ausgang ich würd sagen dann nehmen wir den Ausgang links der ist näher also da müssen wir nicht kommt durch den ganzen Bunker der hier wo ich jetzt was lasst raus hier ja im Westen nein ich bin verletzt ich bin tot raus raus ist weg das Nachladen was ich will mich hier machen soll fuck Mario was machst du da bin ich dann halt verstanden also du hast ihn du hast ihn ich hab ihn der eine ist tot wo ist der andere jetzt ähm bei meiner Leiche du musst dich mal rein Mario du musst dich mal rein Mario der will reckeln der rennt weg hinterher Mario du musst dich heilen du bist doch tot wie wie heil ich mich hier mit Verbänden und sonst irgendwas mit ja ich hab hier nix im Inventar ne ich hab nix im Inventar wo ist der Penner wo ist der Penner ich kann mich auch nicht sehr hoch heilen ich hatte auch noch was du musst mich looten Mario geh zurück du musst dich heilen du musst dich heilen geh zu meiner Leiche wo ist der Wichser aber entschuldigung ich hab mich einfach gemessert oder ja ich wollte dieses Wort nicht benutzen aber wo ist der der ist noch da 100 Pro hat jemand ne Rauchgranate negativ ne Auto über uns hä wie kann ich denn hier das zählen vielleicht haut der ab oder neb den anderen eingern einfach rüber ziehen zu dir mehrere Autos über uns hat nur einer Verbände haben mich nur bis 50 ungefähr hoch der ist nicht mehr da also anscheinend lass zum anderen Ausgang raus ich brauch aber grad nur was zum Hallen ich hab keine Verbände falls jemand Verbände hat versuch mich erstmal zu looten vielleicht hab ich irgendwas Tolles Achtung hier ist direkt was die campen uns ab denkst du das ist ein Squad ich bin draußen ich bin draußen hä ich seh nichts ich hab aber doch was gehört wir müssen erstmal in die Zone rein ähm Auto 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 wo? ja äh Richtung Nordost ahja ich hörs wir müssen uns um das Fahrzeug kümmern ja wo ist das? direkt jetzt und äh der fährt gleich der fährt durch den Bunker ok 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 wir gehen in die Zone ja wir müssen nach Südwesten wir müssen nach Südwesten wenn wir die Waffen auf dem Rücken stecken sind wir schneller aber würd ich im Moment noch nicht ja da ist er hä? der kam ja aus dem Bunker aus dem Bunker also bringt jetzt nichts nichts schießen bringt nichts keine Munition verschwenden achja mit B machen wir mit B kannst du deinen Modus ändern dein Schussmodus und die Waffen könnt ihr mit C auf dem Rücken und mit C wieder in die Hand nehmen C ist doch ducken C mit C ducken mit C bei mir zumindest mit C bei mir x mit x x x x x bei mir auch ok bei mir ist es C C ist ja viel schneller als hier die Zone ist direkt hinter uns oh god Mario stirbt dann nee das ist klar nein aber man verliert und wir haben nichts zum heilen deswegen nein 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 Mario stirbt sofort nein ja das reicht keine Ahnung nein nicht für Mario nein Mario tot ich kann doch kriechen ich krieche ich krieche Michi wohin da vorne in die Hütte in die können sie vielleicht Mario schnell aufhelfen und dann rennt er nochmal hin kriegt er was weiß ich nicht vielleicht vielleicht bringt es was ich weiß nicht wie lange braucht warte 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 vielleicht hab ich das echt ich bin jetzt gleich auf der Straße ich hab die Hälfte die Hälfte ne das pack ich nicht mehr Scheiße Stefan komm mal rüber Stefan komm mal rüber schnell Stefan komm mal rüber schnell schnell Mario schnell kriech 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 ich bin dabei bleib stehen bleib jetzt stehen nicht mehr bewegen ooooooh oh shit oh shit da vorne ist ein Spieler ich bin fast down schnell komm 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 lauf 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 Mario c ok zurück rauf du musst komm schon komm schon lauf 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 ja back hier Beschuss Beschuss ich bin doch da können wir dich nicht holen haken schlagen haken schlagen lauf lauf Mario hinter die Hütte ich bin auch getroffen Mario du musst haken schlagen ja wir haben halt leider nichts mehr zu rein ich hab michi erstmal hinter die Hütte ich hab nur noch 10 Schuss weißt du von wo ja fangen geradeaus aus Norden direkt Norden neiii direkt aus Norden siehst du die das Auto kommt jetzt her das kommt jetzt her her ich hab keine Munition mehr michi ne ich bin verletzt schnell du musst mich holen die steigen aus den einen hab ich noch getötet gehabt aber sonst zwei jetzt noch ausgestiegen sind ch- schade Leute schade 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 teamWank 16 ist noch nicht schlecht wir ne anfangen also ich hab auf jeden Fall gesagt gelernt mit vierfachsucher nicht Dauerschuss auf nächsten nähe Ausgang zur Lobby ne und im Bunker muss das viel schneller gehen aber Bunker war schon geil hab ich noch nie gesehen Das Ding ist auch einfach, beim Schießen muss ich einfach viel besser aufpassen, ich hab einfach, die kamen auf mich zugegangen, ich hab einfach Dauerspray gemacht, mit vierfachs, wobei ich sofort hochgesang an die Decke, ich hab nix gesehen, ne? Hauptsache ich hab den einen Typen gemessen. Wie viele Kills haben wir gemacht? Ich hab einen. Ich hab zwei. Also ich würd sagen, wir gehen direkt nochmal, ne? Ich sehe hier einfach alles, wenn ich rausspray. Jetzt! Wo war der Countdown? Welche Richtung? Welche Richtung Michi? Lass einfach mal in die Großstadt. Hau mal drauf jetzt. Achso, ok. Wo ist die Großstadt? Wo seid ihr? Seht ihr die? Wie kommt aus der... Richtung Südwest ist das weg von uns. Mit der Maus, mit der Maus bewegen. W-A-S-D-Maus. Also einfach eine Unkugel, ok. Das ist schlecht auf dem Stand, will das. Weil du bist weit weg von uns. Ich bin beim Wasserturm. Ich hab doch gesagt, Großstadt. Ja, hier ist eine andere Großstadt. Achso, ich glaub, ich bin auch gerade bei einer anderen. Westen halt. Ja, Chris, der ist ganz woanders. Ich bin im Nordwesten. Nein! Warte mal, wer... Ach, das ist Chris, der da hinten ist? Ja, ich dachte, ich hab da so eine Großstadt gesehen. Oh nein. Ich hab eine Splittergranate. Looten, 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 looten. Ich hab eine Splittergranate. Okay. Wir sind gerettet. Der Kameramann hat eine Splittergranate. Wir müssen schnell was finden. Die hier da runterkommen. Okay. Dann locken die sich schon aus. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. So. Shotgun. Moni. Ich hab eine Polizeiweste gefunden. Von denen. Also, Ziel ist, wir looten erstmal, so dass jeder eine Waffe hat. Und dann finden wir uns zusammen, okay? Dann such dir Chris erstmal. Ja, genau. Das Ziel ist, suchen Chris. Oh, ich hab eine erste Hilfe gekauft. Geil. Oh. Kill. Hast einen Kill? Oh, du hast echt einen Kill. Nein. Ich war gerade an der Piste. Steht da plötzlich einer vor mir. Aber ich hab den sofort getötet. Das heißt, er war alleine. Oh. Perfekt. 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 Schalldämpfer. Oh, ne? Gold. Aktuell. Okay, sollen wir uns dann hier ein Auto suchen oder sowas? In dem Dorf? Ah, ja. Das Problem ist, dass wir hier in dem Dorf definitiv Spieler sind, ne? Nein, dann würde ich sagen, let's fetz! Okay, gehen wir raus. Hopp, hopp. Warte, 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 warte. Moment, Moment. Ich hab was gesehen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Schlecht. Oh Gott, ich bin eine rote Zone! Nein! Hab ja gesagt, dass zwischen uns die rote Zone ist. Hallo. Hallo Mastermon, wir sind gerade in der Aufnahme. Nein, wir sind gerade in der Aufnahme. Nein, wir sind gerade in der Aufnahme. Achso, oh, sorry. Hallo Mastermon, wir sind in der Aufnahme. Hallo. Oh Gott, ich bin in der rote Zone. Werde ich überleben? Mastermon, ihr Kommentar dazu. Werde ich überleben? Sag ja! Ist das ein Auto? Ich weiß nicht, ob das ein Fahrbares ist. Ich geh mal gucken. Ne, ist kein Fahrbares. Fahrbares sind meist bunt. Ja, sieht so aus. Das ist so ein braunes. Also ich glaube, die braunen Trucks, die SUVs, die braunen, die gehen glaube ich nicht. Bin mir aber jetzt auch nicht zu wundern. Ich habe einen Helm. Meine Tänke, hör mal. Sei denn, ihr wollt, bitte noch was. Hä? Das ist doch, was ihr habt. Ich nehme hier noch ein bisschen Munition mit. Ha! Oh, Schüsse! Schüsse! Bei mir, bei mir, bei mir! Ich bin da oben stehen! Nein! Ich bin auch, ich bin auch tot. Also ich bin versenzt. Wo ist der? Nein! Ich bin auch tot. In dem Raum bei mir, wo ich gestorben bin. In dem Raum wartet er mit einer Schrotze. Boah, so ein Camper, ne? Die Tür wird zu. Hier, hier der Raum? Da, in dem Raum, wo ich gestorben bin, sitzt der. Mit einer Schrotze. Kann ich da rein? Ja, ich sitz davor, wenn du mir die Tür aufmachst, kann ich reinlösen vielleicht. Mach du ihm die Tür auf. Warte. Wo, offen? Bei mir ist die Tür ja für die ganze Zeit offen geblieben. Er ist drin, er ist drin, am Fenster direkt bei Mario. Mario, lenk ihn ab, am Fenster. Kann man da nicht durchschießen? Doch, eigentlich schon, aber du schießt auf den Rahmen, nicht durchs Fenster gerade. Tot, ich hab ihn geblieben. Mach das Bessere draus, Jungs. Bei meiner Brüderung war auch einer. Aber gleichzeitig... Er looted mich, looted mich. Ich hab richtig viel Muni, ne? Und eine SCAR hab ich. Da lag auch mal nur okay. Alter, hat der Junge viel dabei. Ich hatte Kudos in den Staff gefunden. Alter Schwede, Schmerzmittel und alles. Aber guck mal, 39 nur noch. Gerade ihr macht's noch 50. Ausgenockt, tot, 38. Ausgenockt, ausgenockt, tot, tot, 36. So muss das laufen. Hallo, sind wir noch da? Nee, wir sind nicht mehr da. Michi? Hallo? Hallo? Michi? Ich hör alle. Ich hör auch alle. Michi? Michi? Das ist auch da. Michi? Jetzt war ich... Ja, ich hör euch wieder nicht mehr. Keine Ahnung. Er hört uns nicht mehr. Hat das Problem anscheinend. Steven? Ich hab einfach geschrieben bei Steam. Ah, mein Ton ist wieder komplett weg. Das ist natürlich geil, für so ein Spiel zu spielen, wenn der Ton komplett weg ist. Nice. Michi muss dann schreiben, wo der... Also, äh, ja. Wie lang kommt der Gegner? Ja, ich schreibe ihm dann. Wo raus? Aus dem Spiel komplett? Oder... Zone verkleinert sich gleich. Dann... Das Team versteht sich aber nicht. Das ist das Problem. Ja, das ist... Scheiße. Ihr müsst die Anweisungen durchtippen. Ich hab mir mal gesagt, dass wir mal rausweilen haben. Wir müssen laufen. Vielleicht hilft es? Ja, das ist... Wir müssen los. Ich hör euch immer noch nicht. Hä? Das ist... Nicht, was das liegt. Kann ihm einer mal schreiben, dass wir laufen müssen? Jetzt muss ich erstmal wieder ins Game kommen. Ich glaub, er ist rausgezappt. Ja, er ist immer wieder ins Game. Wir gehen einfach wieder. Hörst du uns? Ich muss... Vielleicht, äh... PC neu starten. Aber ich bin auf jeden Fall da und ich bewach die Tür. Wir müssen raus! Mario, bleibst du bei der Tür. Nein! Ich muss ihm schreiben. Wenn du noch ein Schussfeld läufst. Oh, wir müssen raus. Ja! Okay, ich hör halt jetzt nichts, ne? Ja, er soll mir folgen. Aber wir haben noch Zeit. Wir müssen aber in die andere Richtung, ne? Da hinten war einer. Also wir müssen Richtung... Osten. Im Haus ist ein Spieler. In welchem Haus? In dem da? Gerade Ost? Anscheinend, anscheinend ja. Ich hab's grad nicht getroffen. Wenn das einer ist, dann können wir da hin. Anscheinend, anscheinend. Anscheinend, anscheinend. Wir müssen aber in die Zone halten. Bei mir sind da voll Grafikfehler. Jetzt lauft er irgendwie so durch eine Tür vorbei. Keine Ahnung. Da war ein Schuss grad, ne? Das wisst ihr, oder? Ja, das ist schön, wenn man so ein Spiel spielt und nix hört. Ist einfach Weltklasse. Äh, lass das Haus da vorne ansteuern. Ja, welches? Links oder rechts? Welches? Frag ihn mal. Ich glaub weiter links. Keine Ahnung. Hab ich öfters. Welches Haus, links oder rechts? Also wenn vielleicht von euch einer ne Idee hat, an was es liegen könnte, dass der Sound irgendwie weg... Also der Gamesound ist weg und ich hör euch auch nicht mehr. Tür öffnen. Ja, ich Tür offen hab ihm geschrieben, ich Tür öffne. Ja, Tür ist offen. Da war jemand looten, sitzt wahrscheinlich noch im Haus, schätze ich. Guck mal, ob das nen Hintereingang hat. Lauf mal rum. Da ist doch noch ein Seiteneingang. Was ist das? Ich glaub, dass ich euch nicht abballerst gleich. Ja, zum Glück sehen sie sich ja noch. Ja. Scheiße. Das ist einfach ein Traum. Ja, genau, genau. Ja, genau, genau. Ja, genau, genau. Ja, genau, genau. Halt ja, ohne Sound zu spielen. Wie hässlich ist denn das, bitte? Lass da reingehen am besten. Schießen oder nicht? Ich weiß ja, ob ich dich hier treffen kann. Ich... Scheiße, ich hab das so hart gesehen, ob einer bei euch neben dem Haus ist. Ich kann das grad bei Steven nicht richtig sehen. Was ist auf dem Feld, Michi? Was ist auf dem Feld? Zwei. Einer rechts, einer da. Wo? Ja, wo? Wie soll ich ihm dann jetzt wieder... Moment, ich kann zu hoch. Du musst nicht so krass nach oben ziehen. Oh, du bist tot. Schnell rein. Schnell rein in Deckung. In Deckung und... Nein! Oh, fuck. Äh, Michi, kannst du mir geschrieben? Du bist ein Links von ihm? Er holt ihn, glaub ich, gerade. Er holt Mario, was? Ich seh ihn nicht. Ah, ich hör nichts. Er ist halt total behindert. Ja, der ist gleich hier im Haus drin. Kommen die hierher, oder was? Ja, Michi, 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 michi. Ja. Ah, da. Ich geh nach oben. Ja, das ist direkt am Auto, ne? Anscheinend. Oh, jetzt will er mit nem Schrotz. Fuck. Das geht bei Steven nicht gut, ne? Nein, er schlatt den einen. Nein, Steven ist down, Steven ist tot auch. Ja, Mario. Oh, Mario. Oh, nein, meine Waffen war leer. Fuck. Ja, schade. Oh, ich weiß nicht an was das liegt. Keine Ahnung. Ey, ich hab einen Kill und... Habt ihr überhaupt einen Kill gemacht? Nein. Ja, ich hier gerade. Ne, aber der war nur verletzt. Der war nur ausgenockt. Achso, fuck. Hey, ich hab der... Rang 6, Team Rang 6. Wir haben uns deutlich gesteigert. Wir haben uns deutlich gesteigert. Um 10... 10 Plätze genau, ne? Ja. Alter. Michi? Ja. Michi? Also, ich hör' ich... Gar net. Das ist natürlich... Okay, Ausgang zur Laufbahn. Wie geil das war. Wie geil das war. Äh... Wir gehen in das Haus nach vorne. Ja, welches, links oder rechts? Das machen wir jetzt. Ja, gu- Warte, kommt schon auf den Start, oder? Oh Gott. Aber wir werden irgendwie gleich noch weiterspielen. Ich sitze noch zu fahren hier im Garten. Ja, auf jedem.